Hallo, mein Name ist Jan Heilmann. Wir schauen uns heute an, wie wir das Hundegeschirr MGS der Firma MD-Textil auf den Diensthund bekommen. Beim Ausmessvorgang können Sie ruhig das Maßband fest auf das Fell drücken und auch ein bisschen zuziehen. Das ist kein Problem. Das Geschirr wird nachher individuell auf diesen Hund angepasst und kommt mit einer Toleranz zum Einstellen von plus minus 5 cm. Wie Sie hier hinten sehen können, gibt es für das Hundegeschirr MGS adaptive Beinschlaufen. Diese sind als Extraartikel im Webshop erhältlich. Sie verfügen über eine Universalkröße und wenn Sie mit dem Tier am Seil arbeiten wollen, empfehlen wir diese. Dadurch können Sie verhindern, dass das Tier hinten wegknickt und Sie können es am Seil ausbalancieren. Es bietet sich an, das Tier mit zwei Personen auszumessen. Eine Person trägt die Maße ein und die zweite Person misst am Tier. Sie sollten den Vorgang auch zweimal durchführen. Wenn dann ein Maß extrem abweicht, bietet es sich an, dieses eine Maß erneut zu messen und die zwei ähnlichsten Maße anzugeben. Sollten Sie dabei irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten haben, zögern Sie nicht, sich an unseren Support zu wenden. Wir werden Ihnen dann auf jeden Fall weiterhelfen können. Beim Hundegeschirr MGS starten wir beim Ausmessen hinten im Nacken am Widerriss. Dann gehen wir für das erste Maß 9 cm nach hinten und messen hier den ersten Umfang. Der wird dann bei der Tabelle in Maß 1 eingetragen. Dann für das zweite Maß starten wir hinten im Widerriss, gehen 24 cm am Rücken entlang und an dieser Stelle messen wir den Bauchumfang. Das ist dann unser Maß 2. Das tragen wir in die Tabelle ein. Jetzt kommen wir zum Maß 3. Dazu müssen wir wieder einmal uns das Maß 1 suchen. Das heißt, wir starten am Widerriss, gehen die 9 cm nach hinten und dann gehen wir die Strecke, die wir gemessen haben, nach unten und messen dann von hier unten zwischen den Läufen des Tieres nach vorne aufs Sternum. Das ist Ihr Maß 3. Dann bleiben Sie auch gleich mit dem Finger hier vorne am Sternum und messen dann vom Sternum über die Läufe wieder zurück in den Widerriss. Das ist Ihr Maß 4. Beim Hundegeschirr MGS starten wir beim Ausmessen hinten im Nacken am Widerriss. Dann gehen wir 9 cm nach hinten und messen hier den ersten Umfang. Das ist dann unser Maß 1. Für das zweite Maß starten wir wieder im Widerriss, gehen 24 cm am Rücken entlang und an dieser Stelle messen wir den Bauchumfang. Das ist dann unser Maß 2. Jetzt kommen wir zum Maß 3. Dazu müssen wir wieder einmal uns das Maß 1 suchen. Das heißt, wir starten am Widerriss, gehen die 9 cm nach hinten und dann gehen wir die Strecke, die wir gemessen haben, nach unten und messen dann von hier unten zwischen den Läufen des Tieres nach vorne aufs Sternum. Das ist Ihr Maß 3. Dann bleiben Sie auch gleich mit dem Finger hier vorne am Sternum und messen dann vom Sternum über die Läufe wieder zurück in den Widerriss. Das ist Ihr Maß 4. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist Ihr Maß 6. Das ist mala plugs die Läufe. Ich brauche nur zwei Vorsprache für mich. Untertitelung des ZDF, 2020